...würden vielleicht von Ideenlosigkeit sprechen, wenn einer meiner Monologe kürzer ist als ein anderer. Ich hingegen behaupte, dass Mena Friebe zusammen mit ihrer Hafe gar keine große Moderation benötigt, denn sie spricht mit ihrem Auftritt wie alle anderen für sich selbst. Meine Damen und Herren, ein kräftigen Applaus für Mena Friebe zusammen mit ihrer Hafe, die uns den Brian Borysmart spielt. Applaus Applaus Amen. Amen. So, kleine organisatorische Schwierigkeiten, jetzt wissen wir aber alle, wo wir hingehören. So, meine Damen und Herren, die Übersetzung oder eine grobe deutsche Übersetzung des Refrains des nächsten Titels lautet Ich gehe unter. Ob der Sänger, der diesen Titel gleich singt, tatsächlich wegen seiner Performance untergehen wird, bleibt abzuwarten. Aber eins ist sicher, Angst um seine Existenz braucht er nicht zu haben. Dies sichert er sich nämlich als Lehrer an der KGS. Meine Damen und Herren, ich begrüße auf der Bühne Dennis Wedemeyer mit I'm Going Down von Bruce Springsteen. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020